Ich bin Caspar und im Moment habe ich keinen Raum. Verstehst du? Ich muss ganz allein in einer Kiste mit allen Kuppeln in einem Kuppelnraum sein. Lonely time. Ich weiß nicht, wo wir proben sollen. Verstehst du? Draußen? Boah, zu kalt. Verstehst du? Ich komme extra aus Frankreich in diese wundervolle Stadt und dann diesen Zustand. Vielen Dank.